Momo, was machst du hier? Ich bin obdachlos geworden. Wie du bist obdachlos geworden? Ihr habt mich vergessen und verlassen. Fickt euch. Momo, mach mal nicht so! Nimm mal nen Bisss. Ach! Was geht, Cousin? Hey, Luigi, was geht? Pikachu! Pika, pika, pika Chili, Chili! Kamehi, Kamehi, Kameh! Ich bin dein Vater... Hä, was macht einen Gud långenden Tee hier? Dem will nicht jeder verstehen. Es ist mir scheißegal, Digga. Momo, geh an mich. Momo! Freunde, wir sind auf der Fahrradspur. Und es kommt ein Fahrrad. Sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry. Hallo, wir sind da. Aufstehen. Endstation, Tropical Island. Ich hab rückenschmerzen. Aufstehen. Verpiss dich mal an. Aufstehen. Geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Was ist denn was hier? Was ist das? Das ist das Tabu-Kreuz. Nanananana. Das ist der Hawaii-Toast. Toastama schmeckt alle gut. Salala-Panala. Ich find's beschissen. Beli-Gym, Bel-Gym. Ey, Christian Diora. Dior, Diora. Ich schau in alle magasins. Kalb... Capicino. Hey, John, auf dem Bildschirm. Bist du sogar gleich, Alter. Ja. Ja. Hey, hast du ein Problem oder was? Ist schon gut, alles gut. Ob du ein Problem hast? Alles gut. Wir sind endlich da. Ist aus die Klassefahrt. Hier ist unser Haus. Hat 400 Euro gekostet. Egal, du bist Millionär. Das passt schon. Ne, es passt nicht. Doch, es passt schon. Capuchin! Oh. Echoo. Echoo! 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 Ew! Echoo! Woow! Waah! Valla, valla, es riecht nach Pisse! Nii, es riecht nach diesen Winden, Diggör! Alles klar, Pisse und Wende riechen gleich! Sechö! Geh da rein und riecht ob da Pisse ist oder diese Band... Oho... Bezügliche Kinder und Kinder. Amen Allah! Amen Allah! Was ist denn? John! 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 Warte! John! Wie geht's? Ich hab mich nicht getan. Ich bin nicht! Ich hab meinen Arm gebrochen. Enjoy! Mit den Schuhen ins Bett springen! Halt's den Maul, Digga! Ich schlafe doch in dem Bett, oder? Stimmt. Oder stehst du in dem Bett? Boah, ich muss klacken. Ein paar Dose. Also, ich find's schön hier. Warte, erst mal verstecken spielen. Okay, komm. Wo bist du denn? Wo bist du? Ach, da bist du ja! Ich hab Hunger. Habt ihr was anderes aus der Blätter, Jungs? Setzt euch ans Lagerfeuer. Seht das Lagerfeuerlied. Das L-R-G-E-R-Feuer-E-Feuer-R-Feuer-E-E-E-Lied. Dom, 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 dom. L-R-G-E-R-F-E-U-R. Andere haben Kinder in eurem Alltag, wisst ihr, oder? Ist mir scheißegal. Ich hab Burak. Hey, Bl of Daddy. Ey, Brow, wir sind zu zweit. Ich kann ja nix machen... Digger, ey. Ey, 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 ey. Man kann Wasser nicht mit Messer bekämpfen. Ey, mach keinen Scheiß, Digger. Ich hab Kameran an. Und ernst, war ein R-Wolt. Ey, ey, ey. Traumkamera ist jetzt aus. Okay, komm, Bro. Ihr Klebe. Ich hab gar nichts zu tun, Digger. Ich bin Bruno und ich bin hier nur der Kameramann. Rudak, Rudak, pass auf, Digger. Ach so, du machst ihn nass und dann ist Riden. Ich hab keinen Küssen. Naja, wir brauchen Küssen. Naja, ich bin im Urlaub. Soll du im Urlaub bist, heißt das, dass du jetzt barfuß dahin gehst. Ah, Sedonia. Warte, warte, Leine. Huia, sia, huia, sia. Huia, huia, sia. Huia, sia, huia, sia. Ha! Hu! Ha! Ha! So. Und jetzt hast du nämlich den Salat. Au. Oh. 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 Hey, Can. Was sagst du zum Freizeitpark? Echt geil, Mann. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Er hat einen Fukuila. Wow, hier ist ein Regenwald der Amazonas. Guck mal, ein Fisch. Ja, ein Fisch. Er beißt mich. Berührt. Mh. Lecker Schwein. Und? Mh. Schmeckt's da schweinig? Boah. Mit extra Schweinesauce. Du mutierst dich langsam. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Macht was immer ein Spider-Schwein macht. Wow, wir sind ja am Amazonas-Wald. Sieht ja aus wie du, Jungs. Ist hier kein Unterschied. Jungs, chill mal kurz. Da ist die Empfang. Was soll das überhaupt? Digga. Ich hab fast mich nicht an jedes Mal, ja? Was macht ein Arber am Treppenhaus? Hochgehen. Er geht hoch. Wow. Wow. Andere haben Kinder in uns einfach. Darararara. Diba, dibadu. Ich bin der Tarki Geden. Nein, ich bin der Tarki Geden. Wer von euch beiden ist rügisch, der Tarki Geden. Nein. Wer ist dieser Tarki Geden? Bala, er soll kommen. Ja, ich bin auch noch da. Was soll das? Das hat keiner bestellt wie so ein Moslems. Alhamdulillah. Anam. Anam. Garib. Anam. Garib. Anam. Mal zu den Amazonas gehen, Jungs. Wir sind die ersten Menschen in den Amazonas mit Pullover. Was sind die Trendsetter? Momo, ursprünglich kommst du von hier. Ich find's beschissen hier, ihr Wichser. Iya, iya. Ey, Can, guck mal da. Flamingos. Wow. Tobangganö. Tobangganö. Patafoi-foi. Echt kalt hier. Zum Glück hab ich einen Pulli an. Schmalfoi, ich hätte sein Delfin. Das ist das Haus vom Nikolaus. Und nebenan wohnt der Weihnachtsmann. Wow. Und hier wohnt keiner mehr oder was? Hier wohnt keiner und hier wohnt auch keiner mehr? Haben die keine Nachbarn? Wie in den alten Zeiten. Hey, hey Can. Er ist hängen geblieben und Honig raus. Tiger Woods. Aman Allahüm. Can. Can. Naab dem Baby. Can. Can. Trifft er? Ja. Ja? Ja. Mit der Faust? Sehr gut. Naja. Aber du hast an mich geglaubt. Er hat nicht getroffen. Was sagst du dazu? Ich find's schade. Spielst du Fortnite? Sehr gut. Was spielst du so? Gar nichts. Gar nichts? Aber du spielst Minigolf. Boah, er hat eine miese... Kann passieren. Ich hol ihn. Momo, was machst du da schon wieder? Nix, ich chille. Okay, und was ist das für ein Bild? Naja, Jungs, ich hab mich wieder verliebt. In wen? In Kylo. Welcher Kylo, der von Monte? Ja, der von Monte. Okay, und jetzt? Ich will ihn sehen und ihn küssen. Du willst jetzt wirklich nach Buxtrude fahren? Ja, ich habe mich verliebt. Okay. Kannst du noch ein bisschen Toilettenpapier geben? Digga, Ehrenmann. Wir sind in Buxtrude. Wir sind bei Wachtel-Imbiss. Monte zeigt dich. Ist dir der Dings Queuro Salad oder was? Wo ist denn das Salad-Zertif gehabt hier? Ja, Diggi. Wachtel-Imbiss. Beste. Nee, schmeck's nicht. Hähnchen ist trockener als äh... Als Ägypten. Als Ägypten. Als Ägypten. Ich hab vergessen nach Ketchup nachzufragen. Und danach hab ich ähm... eine Ansage bekommen, dass man das Fall sagen muss. Okay, was, wenn ich jetzt kein Schöpfle? Nee, sogar hat's das nicht. Alles klar. Danke für die Empfehlung. Hä, die Luft ist hier schon ein bisschen anders, ne? Hä, was passiert, Digga? Am Elsebach ist die Luft immer anders. Ah, so schön hier. Ich weiß aber, warum es hier nicht genug blätschert. Warum denn? Ja, weil hier Müll liegt, die. Das gehört sich gar nicht. Das verstehe ich auch gar nicht. Oh. Oh. Sehr schön. Du kannst doch nicht pissen jetzt. Digga, das gehört sich nicht, man. Junge Jones, piss dich! Der Beat geht wegen dir aus! Stopp, stopp mal die Pisse! Stopp mal kurz. Ah, geht doch, geht doch. Danke. Honkel Memo ist ja nicht da. Nee, Memo ist ja nicht da. Okay. Er weiß aber Bescheid, ich lass ihm das hier. Wir haben mir ein bisschen Eis hier mitgebracht, als Geschenk. Ach so. Ist er auch Malte oder was? Ja. Such die, ich liebe dich. Meine Damen und Herren, willkommen zum Sprung, Bette Werb zwischen Jumbrog und Burak Jaylan. Let's get ready to rumble! Jaaaa! Diesen Sprung habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Jaaaa! Bro! What the fuck! Also er hat da wirklich einen rausgepackt, Digga! Urak Jaylan. Wieso warst du mir jetzt da? Von irgendwo muss ich ja sprechen. Urak Jaylan. Und der Winner ist... Unentschieden! Boah, Digga, das hat nicht weh getan, Alter. Hamburg Reeperbahn. Uh! Hier geht die Party ab, Mann! Gami, fühlst du dich hier auf dem Strich? Sehr gut! Ey, Can, das RTL, Digga! Stürm, Mann! Wir Türke wollen immer umbringen! Sesam, öffne dich! Junge, nenn mich Genie von Aladin. Nenn mich Zauberer von Ost. Wir gehen jetzt essen bei Digi Smalls. It was all a dream. I used to run up magazine in the limousine. Also wir sind hier immer noch im Laden von Tupac Shakur. Und, Can, schmeckt der? Oh, der alte Homme! Er ist ein Hamburg City Boy. Ich bin ein Gladback Boy. Was kostet der Spaß? 20 Euro die Nase. Auch eine Nase, oder? Weil die Nase ist etwas größer. Wow, guck mal wie süß! Wow, das ist ein hübscher Hund. Ja, ne? Hat der auch einen Namen? Tjelle heißt er. Tjelle? Tjelle! Ah, Tjelle! Hallo Tjelle! Oh nein! Hab keine Angst vorm haarigen Typ! So, Freunde, es geht lustiger. Wir haben die asiatische Freieskörper gefunden. So, das soll's dann mit dem Vlog gewesen sein. Wenn ihr wollt, dass wir genau jetzt nach Wien fliegen sollen, um mit Lukas ein Food-Video aufzunehmen, dann macht einfach... Ne, heute müsst ihr gar nichts machen. Heute müsst ihr gar nichts machen. Tschüss! Tja!